Auch Dass man wirklich, also du siehst immer noch die Eltern von deiner Freundin zum Beispiel. Achtung, klar ist die. Ernsthaft? Du verarscht mich, oder? Doch, na klar. Ich verarsch mich. Nein. Du siehst die Eltern von deiner Freundin? Ja. Aber ihr seid doch sowas wie Familie dann. Klar, wir sind mehrere. Du siehst auch nicht deine Eltern so, oder? Nein, da hält man mal... Das ist so, das ist normal. Das ist mir so ein bisschen zu höflich. Nee, das sind halt Respekts-Personen so, also das ist, weiß nicht, wenn die mir schon irgendwas... Ach, passier. Ja, komm ey. Weißt du was du hast? Einen Stick in deinem Ass hast du. Nein, Bruder, das ist halt... Und dann fände ich sogar einen Stack. Pass auf, über...